Hallo und herzlich willkommen! Wir schauen uns heute an, wie man eine Differenzialgleichung zweiter Ordnung löst. Dabei werden wir uns ein Beispiel anschauen und uns die inhomogene Differenzialgleichung zweiter Ordnung selbst herleiten und diese dann Schritt für Schritt lösen. Viel Spaß dabei! Differenzialgleichungen zweiter Ordnung begegnen uns immer wieder in der Physik. Und ein Grund dafür ist das Grundgesetz der Mechanik von Newton. Dieses besagt, dass sich eine Punktmasse aufgrund der Einwirkung einer äußeren Kraft bewegt. Wir kennen das durch die Gleichung. Masse mal Beschleunigung ist gleich Kraft. Was gesucht ist, ist immer die Bewegungsgleichung x von t. Da unsere Beschleunigung die zweifache Ableitung des Weges ist, können wir das also auch schreiben als m mal x Punkt Punkt. Wenn wir mehrere Kräfte haben, müssen wir natürlich die Summe der Kräfte bilden. Oft können wir die Bewegungsgleichung aufstellen, indem wir eine zweifache Integration der Beschleunigung machen. Dies geht aber nur, wenn wir nur Kräfte haben, die von der Zeit abhängen. Sind diese Kräfte zum Beispiel auch von der Bewegung, also vom Ort oder der Geschwindigkeit abhängig, so können wir das nicht mehr tun und wir müssen eine Differenzialgleichung lösen. Und das werden wir uns heute anschauen und Stück für Stück auch machen. Dabei habe ich ein Beispiel mitgebracht. Wir werden uns nämlich anschauen, wie eine Kette von einer Tischkante rutscht. Wir können uns vorstellen, wir haben einen Tisch und darauf haben wir eine Kette, wobei ein Stück herunterhängt. Gegeben ist die Masse m der Kette und die Länge l. Und wir wollen also die Bewegungsgleichung x von t für diese Kette herausfinden. Gut, wir stellen also erstmal die Summe der Kräfte auf. Welche Kräfte wirken hier auf die Kette? Zum einen wirkt die Gewichtskraft auf das Stück, was herunterhängt. Und zum anderen wirkt die Reibungskraft auf das Stück der Kette, was noch auf den Tisch aufliegt. Das heißt also, wir haben Gewichtskraft plus Reibungskraft. Stellen wir das mal auf. Gewichtskraft ist im Allgemeinen Masse mal Fallbeschleunigung. Hier wirkt die Gewichtskraft nur auf diesen Teil der Kette. Wir können diesen Teil mal diese Länge hier x nennen und dann die zugehörige Masse mx. Das heißt also, unsere Gewichtskraft ist mx mal g. Und unsere Reibungskraft, Reibungskraft ist Reibungskoeffizient mal Normalkraft, wirkt dieser entgegen. Wir haben also µ mal Normalkraft. Die Normalkraft wirkt hier senkrecht auf den Tisch. Das heißt also, das ist die Fallbeschleunigung mal Masse des Stückes, was noch auf dem Tisch liegt. Das heißt also, das ist µ mal m minus mx, also der Masse, die auf dem Tisch liegt. Das ist die Gesamtmasse minus der Masse, die herunterhängt, mal Fallbeschleunigung g. Okay, nun werden wir unsere Teilmasse mx durch die Längen ausdrücken. Also unser Stück mx im Verhältnis zur Gesamtmasse m ist genauso wie die Teilstrecke x durch die Gesamtlänge l. Das heißt, mx ist gleich m mal x durch L. Schreiben wir also auf, Masse mal Beschleunigung ist gleich mx mal g. mx substituieren wir m mal x durch L mal g minus µ mal g in Klammern m minus mx. mx ist m mal x durch L. Das formen wir jetzt um, indem wir uns die Differenzialgleichung so aufstellen, dass sie die Form hat, Masse mal Beschleunigung plus ein Summand, wo der Weg drin vorkommt, ist gleich ein Störfaktor. Also, m mal x. Wir sortieren jetzt hier alles, was noch ein x hat. Da hätten wir m mal g durch L. Und dann hätten wir noch plus µ mal g mal m durch L. Und es bleibt noch übrig, minus µ mal g mal m. So, schauen wir einmal scharf hin. Wir können die Masse aus jedem Summanden streichen. Und haben dann noch da stehen. Beschleunigung minus x, g durch L, 1 plus µ ist gleich minus µ mal g. Und das ist unsere Differenzialgleichung zweiter Ordnung. Zweite Ordnung, da wir die maximale Ableitung, die zweite Ableitung haben. Wir haben eine gewöhnliche Differenzialgleichung, also keine partielle, da der Ort nur von der Zeit abhängt und nicht noch von anderen Komponenten. Wir haben eine lineare Differenzialgleichung, da unsere Ableitungen und unser x selber linear, also in erster Potenz vorkommen, nicht in zweiter Potenz oder in einem Sinus-Term oder ähnlichen. Wir haben eine inhomogene Differenzialgleichung, da wir nach dem istgleich noch einen Faktor haben, das sogenannte Störglied. Wenn hier eine 0 stehen würde, hätten wir eine homogene Differenzialgleichung. Und wir haben konstante Faktoren, die nicht von der Zeit abhängen. Okay, diese Differenzialgleichung wollen wir also lösen. Dann mache ich die Tafel etwas frei und dann schauen wir uns Stück für Stück die Lösung an. So, das ist unsere aufgestellte Differenzialgleichung, die wir jetzt lösen wollen. Unser Ziel ist also, eine Gleichung für x von t herzuleiten. Im Allgemeinen lässt sich eine inhomogene Differenzialgleichung lösen, indem es eine Zusammensetzung ist aus der Lösung der homogenen Differenzialgleichung, die nennen wir jetzt xh, plus einer speziellen Lösung der inhomogenen Differenzialgleichung. Diese nennen wir xp. Schauen wir uns zuerst an, wie wir die homogene Differenzialgleichung lösen. Homogen bedeutete, dass dieses Störglied 0 wird. Das heißt, wir schreiben erstmal unsere Differenzialgleichung auf. Für den homogenen Fall ist gleich 0. Für die homogene Differenzialgleichung machen wir einen Ansatz. Und zwar ist der Ansatz, dass wir sagen, x von t ist gleich e hoch Lambda t. Das werden wir sehen, dass wir mit diesem Ansatz diese homogene Differenzialgleichung ganz einfach lösen können. Denn wir setzen jetzt einfach mal unser x von t ein. Zuerst steht da zweite Ableitung. Wir leiten ab. Das heißt, es steht dann da Lambda Quadrat mal e hoch Lambda t minus unsere Faktoren und mal e hoch Lambda t ist gleich 0. So, jetzt können wir das Lambda t direkt mal wegkürzen. Und wir sehen, dass da steht, Lambda Quadrat minus 1 plus µg durch L ist gleich 0. Wir haben also hier eine quadratische Gleichung für Lambda. Hier steht jetzt also sowas da wie Lambda Quadrat plus A mal Lambda plus B ist gleich 0. Und jetzt können wir also diese quadratische Gleichung lösen. Ja, dafür bringen wir das einfach mal auf die andere Seite. und wir sehen, Lambda ist gleich plus minus 1 plus µ mal g durch L und daraus die Wurzeln. Im Allgemeinen gibt uns die Diskriminante an, wie viele Lösungen und ob diese Lösungen reell oder imaginär sind. Die Diskriminante D, das ist A Quadrat minus 4 B und je nachdem, ob diese größer 0, kleiner 0 oder gleich 0 ist, ergeben sich verschiedene Lösungen. Wir schauen mal, was unsere Diskriminante ist. Wir haben hier die quadratische Gleichung. Wir sehen, wir haben keinen Term, wo Lambda linear ist. Das heißt, unser A ist 0 und unser B ist minus 1 plus µ g durch L. Das heißt also, unsere Diskriminante ist 4 mal minus mal minus ist plus. 4 mal 1 plus µ g durch L. Naja, unsere Fallbeschleunigung ist positiv, unsere Kettenlänge ist positiv, µ ist positiv. Das heißt also, wir haben eine Diskriminante größer 0. Bei einer Diskriminante größer 0 werden wir zwei reelle Lösungen haben. Wäre die Diskriminante kleiner 0, hätten wir zwei Lösungen, die imaginär sind und hätten wir eine Diskriminante, die gleich 0 wäre, dann hätten wir zwei gleiche reelle Lösungen. Gut. Wir haben also jetzt hier das Lambda. Das heißt also, unser x von t ist dann gleich unser e hoch dieses Lambda t. Wir haben also zwei Lösungen. Für eine homogene Differenzialgleichung ist die allgemeine Lösung x von t die Linearkombination der beiden Lösungen. Ja, also wir haben hier x1, 2. Das heißt also, wir haben a mal x1 plus b mal x2. Was heißt das? Wir haben ein Parameter a mal unsere erste Lösung, die schreiben wir jetzt mal auf. e hoch lambda, den positiven Fall, also Wurzel aus 1 plus µ g durch l mal t plus Parameter b mal e hoch die zweite Lösungsmöglichkeit, also unser negatives lambda minus Wurzel aus 1 plus µ mal g durch l mal t. Das ist also unsere allgemeine Lösung der homogenen Differenzialgleichung. Die Ordnung der Differenzialgleichung gibt uns immer an, wie viele Parameter wir haben werden. Wir haben eine Differenzialgleichung zweiter Ordnung, das heißt, es werden zwei Parameter auftreten. Die sehen wir hier mit a und b. Wenn wir dann verschiedene Anfangswerte oder Randbedingungen gegeben haben, können diese Parameter bestimmt werden. So, wir sind jetzt aber noch nicht fertig, da wir im Moment den homogenen Fall, also die homogene Differenzialgleichung gelöst haben. Ja, wir haben also hier diesen ersten Term abgearbeitet und um nun unsere Bewegungsgleichung x von t letztendlich herauszubekommen, müssen wir uns auch noch eine spezielle Lösung der inhomogenen Gleichung anschauen. Das heißt, dieser Störfaktor, der wird jetzt berücksichtigt und wir brauchen nur eine spezielle Lösung. Ja, da gehen wir natürlich immer von einem einfachen Fall aus und wir können einfach mal sagen, sei doch mal unser x von p gleich konstant. Was würde dann passieren? Na ja, das würde heißen, dass die zweite Ableitung 0 ist. Unser erster Faktor fällt also weg. Was dann noch dasteht, ist minus 1 plus µ mal g durch l mal xp ist gleich minus µ µ mal g Ja, das können wir jetzt nach xp einfach mal umstellen. Dann steht da, xp ist gleich, ja, minus mal minus macht plus und wir lösen auf µ mal g durch 1 plus µ mal g durch l. Das heißt also, das g wird sich wegkürzen und es steht noch da µ mal l durch 1 plus µ. So, und damit haben wir eine spezielle Lösung unserer inhomogenen Differentialgleichung. Unsere gesamte Bewegungsgleichung x von t ist dann also die Summe aus unserer homogenen Lösung plus die spezielle Lösung unserer inhomogenen Lösung. Und somit haben wir unsere Differentialgleichung zweiter Ordnung gelöst. Ich hoffe, es war gut verständlich, viel Spaß beim Nachrechnen und bis zum nächsten Mal.